Hallo Mama, ich bin im Internet. Hallo Mama, ich bin im Internet. Die Hauptsäge geht um. Und jetzt die Zeit und der Baby geht... Also ich glaube nicht mehr zu sehen. Und Robin Giffred geht zur Baby Paribel. Und da kommt Randy in der erste Kurve. Und Thurms him way fast away. Ich wollte den Passafen machen. Ich habe mich auch nicht aus dem Seltiker. No, no. Hey, die auch gar nicht. Machina di Sicurezza. Fuck. Andro. Ja, ja, ist gut. Ich habe mich überschlagen. Scheiße. Mann. Scheiße, Micha. Ich habe dich jetzt vorbeigelassen. Warte mal, ich schade mein Netz kurz neuer drei Minuten. Ja, das ist der Fallen. Von wo kann ich jetzt Leise stellen in dem Menü? Rechts müsste so ein Lautsprecher sein. Der ist die K. Den hast du mich abgeräumt, Alter. Abgeräumt. War mehr nach einer Berühmung ausgeschehen, oder? Ja, jetzt gehe ich K und dann... Kein jeweils den Weg. Und die musst du raus... Also in den normalen Skiff fahren. Nein. Verstanden? Machen alle was vor uns. Oh, Alter. In den Skins. Was ist denn der Ordner? Da bist du gerade reingegangen. Du bist im ACFL Ordner drin, oder? Alter. Also HBA darf ich... Alter. Werd am Start immer abgeräumt. Und dann... Bin dran. Bin dran. Alter. Alter. Ich hab dich jetzt halt banal gebumst, Alter. Ich hab dich jetzt halt banal gebumst, Alter. Gefällst dir. Nee, nicht so. Junge! Ich bin hier nicht. Auf welcher Linie denn? Die erste auf drei, ne? Ja, Start-Ziel kommt gleich. Alles... Oh, Ablauf wurde weggeschoben. Abgeschoben. Das ist die Wiederholung, Kenny. Kann man eigentlich nochmal den Fahrern zugucken. Äh... 3 oder 4 oder so. Ja, war gut gemacht. Schalte ich eigentlich in dieser langen Zimmer in den ersten Gang runter? Da fahren wir im zweiten durch. Automatik. Komm Schatz! Zieh! Fahr in dieser Verkettung zu trennen! Zieh! Was? Ja, ich... Ich werde ganz konzentriert. Bisschen knapp da vorne. Yes! Yes! Pole Position! So ne Scheiße. Boah, da geht's echt zum Tausendstel, ne? Ja gut, das ist halt auch ne einfache... Ja man, Piffen! Alter! Nee, wüsste nicht, Digga. Na... Wie eng... Wie eng da vorne. Möge der Schnellere gewinnen. Möge der gewinnen, der nicht abgeschossen wird. Ja gut, das hat er gesagt. Nein, ich hab vergessen! Oh, fuck! Das war ja Ablock. Du hast mir leider die Schüssel gemacht. Das konnte ich nicht zulassen. Achso. Achso. Christian, ich bin neben dir. Ja, ich weiß, ich will aber Windschatten. Ablock hinter mich. Wie soll man das denn machen? Boah! 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 Boah, Außenrand vorbei. Nein, ich bin neutral. Ich bin neutral geschaltet. So'n Dreck! Ich hab' gar nicht. Ich hab' dabei. Ah, zack, haben wir den schon mal kaputt. Nein! Nein! Fuck. Richtig da einen rein. Ich bin weggerutscht, ich bin weggerutscht. Nein! Ey, ich... Oh, da hinten hat's gut gescheppert. Wir fahren jetzt zu dritt, Jungs. Ja, Mann! Boah, Kenny! Kann doch nicht zuziehen! Und tschüss hinter mir! Ja! Alle da? Warte! Der kommt jetzt grad rangefahren, jo! Jetzt ist er da! Also, wir werden das... Das ist ein richtiges... ...kannes Ding. Das ist ein richtiges... ...kannes Ding. Und das ist ein richtiges Ding. Boah, fast hab ich dich berührt. Kenyran, ey, deshalb. Ich glaub ich, ich dachte, er wollte grad sagen, gibst du mir doch gehen. Oh, sorry, sorry, sorry. Wow. Alle abgeflogen. Nein, 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 nein. Soll ich nen Safety-Car machen? Oh, sorry. Ich weiß, ich werd ja eh jetzt Plätze ohne Ende verlieren, aber... Sorry. 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 Ja, ich würde... Ach, Alter. Hab ich schon viel früher restart, aber der hat mich die ganze Zeit angestupst. Da hab ich Angst bekommen. Was ist ein Unfall da hinten? Gar nicht! Nein! Ey, Mann! Ich wär... Ich wär dritter gewesen. Aber nein. Ich wär... Ey, ey. Keny muss immer alles versauen. Was ne coole Strecke, ey. Hätt ich nicht gedacht, dass die so viel Bock mit Formel E macht. Und... Oh, wie das war denn... Alter, da hätt ich geliebt überlegt. Ja. 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 Ja.